Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lightning Returns und dem Beagle. Ich will immer Final Fantasy eigentlich sagen, weil es für mich halt eigentlich Final Fantasy ist, aber sei es drum. Das sind nur Details. Ich mache jetzt immer auf Pause, wenn ich was mache, weil Zeit ist hier sehr wichtig in diesem Spiel. Denn wir haben davon nicht allzu viel. Wir haben nur 13 Tage Zeit und einen echten Zeit-Counter quasi. Heißt, Zeit vergeht hier tatsächlich real auch. Das macht mir ein bisschen Angst, wenn ich da alles bin. Aber zum Glück habe ich das hier. Das Lösungsbuch. Das jetzt übrigens so unglaublich unhandlich ist. Es sieht so cool aus, wenn man sich das dann holt mit diesem schönen Schutzumschlag und so. Die haben das ja früher oft gemacht, dass es eine Special Edition und eine normale Version von den Lösungsbüchern bei Final Fantasy gab. Als ich mir die Special Edition für wenig Geld organisieren konnte, habe ich nicht darüber nachgedacht, dass so ein Wälzer ein bisschen unhandlich ist, wenn ich ehrlich bin. Gebe ich offen zu. Also, wir sollen mit, 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 mit Hope reden. Sollen wir. Ich habe schon ein bisschen Grundinfos mir angelesen aus dem Lösungsbuch. Jetzt nicht so, na, sondern einfach nur, worauf ich vielleicht achten sollte. Ich fand es witzig, dass sie betont haben, dass man nicht immer eine Quest nur machen soll, sondern am besten einfach alle einsammeln und gucken, dass man, wenn man im Gebiet ist, die dann auch alle lösen soll. Macht man das nicht generell, damit man nicht ständig hin und her reisen muss? Oder bin ich jetzt die Einzige, die dann da versucht, so praktisch wie möglich zu denken? Naja, vielleicht bin ich da einfach ein bisschen Open World geschädigt. Das kann natürlich sein. Ähm. Aber schauen wir mal. Ja, Hope, beruhig dich. Beruhig dich, Hope. Bin doch schon da. Warum siehst du aus wie ein Kind? Klär's mir. Hope S-Time. Once, lange ago, we fought side by side. Bound by a common destiny. He was just a boy then. Kicked around by fate. Scared and angry. But we became friends, and then... He grew up. He was going to be humanity's great leader. The one who'd lead us all to a brighter future. But it didn't work out the way any of us expected. A lot of things changed during my long sleep. When I woke, the hope who I'd seen become a man, was a boy again. He was up here in lonely command of the Ark. And this was where he told me about God's plans for the two of us. Achso, Gott hat ihn wieder jung gemacht. Okay. Yvelza, God of Light, has made a decision. The gates are open, and Chaos has flooded through. Consuming the world and everything in it. Not even God can stop it. And he isn't going to try. Instead, he's going to build a brand new world. But he needs people to live in it. What would be the point of a world without souls? That's where you come in, Light. You're the last piece in the puzzle. You're the savior. It's a simple role. You have to rescue as many people as you can from this world, and lead them to the new one. It's an incredible opportunity. You can bring salvation to hundreds, maybe thousands. In return, you'll get your chance to bring Sarah back. A deal, huh? I scratch God's back, and he gives me what I want. My sister. He's giving you a chance. No guarantees. I know it isn't right using your sister, but... It doesn't matter. Huh? God is using my dead sister as a bargaining chip. Something like that should infuriate me to no end. But for whatever reason, I don't feel angry. It's like there's a hole where she used to be. I think I know what you mean. I'm the same way. It all happened such a long time ago. I remember it clearly, but the feelings? They're gone. Maybe that's how God wants it. Maybe emotions in his servants just distract us from what we're supposed to do. So he got rid of them for us. Maybe he did. And maybe returning me to childhood was part of his plan, too. But we can't expect to understand everything he does. Of course, I had to accept God's deal. What choice did I have? It was my fault that Sarah died. If the only way I could save her was by doing God's will, so be it. With hope as time to guide me, I began my holy mission. Warum nennt sie immer seinen verdammten Nachnamen? Entschuldigung, sie musste den Plot den Leuten erklären. Griminiscing. 500 years ago, chaos was unleashed, and our world began to be consumed. Five short centuries. That's what it took to destroy all of creation. Now there's barely anything left at all. And when the Savior has used all her light, the bells will toll and the world will end. Is that what you told me? Yes. But when that time comes, Bunivelza will finally awaken, and he'll bend his great will to create a new world. Right. And in the meantime, I've got some souls to save. Bloß kein Druck, Hope. Bloß kein Druck. Was willst du jetzt von mir? Hm. Not the flow of time up here, but he's helpless to prevent the world from being destroyed. Yes. In 13 days, God will reawaken. It'll all be over then, and no power in the universe can stop it. But the problem is, the world may have even less time than that. It doesn't happen at the same time? It should. But the world has been weakening rapidly under the onslaught of the chaos. The pace of the destruction is accelerating. Your problem is, if the world ends too soon, you won't have enough time to save all the souls you can. You have to delay the end for as long as possible. Now listen carefully, Light. What I'm going to tell you is very important. As the savior, you have a special life force. I call it Aradia. It's the power of God's light. It gives you your powers. And much more. If you offer your life force, this Aradia, you can give energy to the world and delay the final destruction for a while. I can delay the destruction, but not avoid it forever. When God wakes after the 13th day, the world is screwed whatever I do. But what does it matter how many days are left? The end stays the same. Why not keep the Aradia for myself? Because if you did that, and the world ends before the 13th day, God will deem that you have failed. Then what will happen to your bargain? Will he still deliver on his promise if he believes that you failed to deliver on yours? Right, the bargain. In other words, if I don't keep the world alive for 13 days, I don't save Sarah. And not just Sarah either. The entire human race might be lost. So do you see, Light? Aradia is the key. You have to gather as much of it as you possibly can. And the way you do that is by saving people's souls. So that's what I've got to do. Save souls so that I can save Sarah. Ich weiß ja, dass sie das den Leuten als Plot erklären müssen, aber warum weiß Lightening das nicht? There are many people like him caught in the grip of despair. Their hearts shackled by regret and longing. If you reach out and help them with their troubles, you can break those shackles. Then their souls will be released. They'll be free to be reborn in the new world. And in return, your savior life force will grow. So that's what he wants. Rescue as many souls as I can before the world ends and takes humanity with it. My mission. Na dann. Aber was muss ich denn jetzt hier machen? Möchte ich gar nicht. Soldonis. Gut. Ja. Alles bis jetzt ein bisschen verwirrend. Die Teleportation kann nicht benutzt werden, weil noch nicht alle Aufgaben erfüllt worden sind. Untersuche das Buchregal und fordere den Soldon erneut heraus, um zu lernen, wie die EP fertig geht. Ja, ist okay, danke. Ich glaube, da kann ich mich auch wieder einblenden. EP-Fertigkeiten. Ja. Ja. EP-Fertigkeiten sind spezielle Fähigkeiten, auf die die Erlöserin zugreifen kann. Bei der Verwendung von EP-Fertigkeiten werden EP verbraucht. Ach. Das EP-Meter links unten im Bild zeigt den Restbetrag. Der maximale EP-Wert beträgt zurzeit 5. Die stärkere Lightning im Laufe des Spiels wird, desto größer wird auch dieser Werte der EP werden. Öffne mit Start das Pausenmenü. Im Kampf gelockt man über das Pausenmenü zum Higing und EP-Fertigkeiten. Mit L, Blah und L, R und Blah kann zwischen Blah wähle die EP-Fertigkeit Flucht. Und warum sollte ich das tun? Aber ich habe ein 5 Sterne Boni. Ich bin so froh, dass ich das Lösungsbuch habe. Leute, ich war noch nie so froh, ein Lösungsbuch zu haben. Ich weiß auch gar nicht. Ich habe gelesen, wenn man es nicht schafft, die Welt in 13 Tagen zu retten, ist das Game Game Over. Man fängt wieder von vorne an. Ich weiß nicht, wie es nicht so ist. 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 Wisst ihr was ich super lustig finde? Ja. So, ich find's halt so geil, dass Gott, oder dieser Balnevu, oder wie er heißt, Hope wieder zum Kind gemacht hat und mir exakt die gleichen Klamotten gegeben hat, die er vor über 500 Jahren getragen hat. Ne, 1000 Jahre sind's ja sogar. Wir waren ja 500 Jahre in der Zukunft und es sind jetzt nochmal 500 Jahre vergangen. Also es sind jetzt 1000 Jahre vergangen und keiner kann mehr erklären, warum zum Beispiel Snow und so immer noch leben. Ich muss das einfach so hinnehmen. Sasch und Dasch, ja auch. Dasch ist immer noch ein Kind. Glaube ich zumindest. Werden wir vermutlich noch sehen. Ob die pünktlicher als die Deutsche Bahn sind? Wenn die Welt untergeht, wäre Verspätung schon echt schlecht, ne? Niemand wundert sich über ihr Outfit? Niemand? Okay. Wundert sich niemand über ihr Outfit wundert? Luxerion. 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 Das ist Vanille. Das ist Vanille. vezier outright. Luxerion. Eine heresie, die Prozessen der Überlebende von superrinischen Benivalzen. Also sind Vanille-Undfänger aus ihrem Kristallschlaf erwacht, okay? Es ist eine andere Frau. Wie schrecklich. Ich glaube, es ist die Heretics. Die Divine City ist jetzt nicht so hoher. Das war kein Verzweck. Die Frau hat hier geblieben. Licht! Die Frau. Ein Hilper! Es gibt keine Hilfe. Es ist nur ein dumm. Hope, haben Sie gesehen, Sie verraten sie? Sie müssen immer noch brennen. Meine Körner haben nicht überhaupt was. Ich fahre eine Suche nach der Stadt die Videobeschreibung. Aber ich habe noch lange verstanden. Das ist egal. Ich will nur wissen, ich werde es selbst finden. Schattenweger? Dann komm und versuch dein Glück. Die divine City of Light. Ist das, was sie nennen? Trouble ist, die blattsten Lichter kasten die dunklen Schäden. True. Lightning, true. Und jemand weiß, dass ich definitiv da bin. Noel. Oh, Noel. Ich sag doch, den hat es auch voll weggerissen. Ja, natürlich hasst er Lightning. Für ihn dürfte Lightning ja auch Schuld an. Für ihn dürfte Lightning ja auch Schuld an Sarahs Tod sein. Sie hat es ja sogar oft zugegeben, dass sie Schuld ist. Das heißt, Noel dürfte Lightning richtig hassen. Weil den hat es ja richtig mitgenommen, dass er Sarah verdorren hat. Weil er Jule und Sarah verloren hat. Heißt, ich nehme mal an, dass Noel definitiv ein Feind von uns sein wird. Ob jetzt großer Feind oder nur so ein Zwischenfeind wie Snow. Mal sehen. Wankender Glaube. Die Leiche eines jungen Mädchens mit rosafarmenden Haaren wie Lightnings wurde vor dem Nordbahnhof gefunden. Seit einigen Tagen wird jede Nacht ein solcher Mord begangen. Hat es etwa jemand auf die Erlösung abgesehen? Lightning muss mit Zeugen sprechen und Hinweise zum Tathergang für die Inquisitor zu sammeln. Diese Mission unterliegt eine Zeitbegrenzung. Ah, nein. Ich bin über den Scheiß. Oh, okay. Oh, okay. 21 Uhr. Warum kann ich hier... Okay. Kann ich nicht mit dir reden? Marshall, ich kann mit ihm aus irgendeinem Ort nicht reden. Was sagt mir die Karte denn? Ausstatter, Herbergewunsch, Tafel. Okay, wen kann ich denn anquatschen? Oh, okay. Solche Leute anscheinend nicht. Warte mal, hier kann ich glaube ich... Ich würde gerne mit euch reden. Wie mache ich das? Warte mal, warte mal. Nein, wie kann ich mit dir reden? Wenn ihr doch ein Fragezeichen habt, kann ich doch eigentlich mit euch reden. Ah, mein Name ist traurig. Mit wem kann ich denn hier reden? Ja, danke, danke. Das ist der Inquisitor. Wo denn? Wo kriege ich denn? Hier sind überall Menschen, mit denen ich aber nicht reden kann. Okay. Vielleicht ist das Ende auch schon da, Kumpel. Hm, mit wem kann ich denn noch reden? Bist du mit dem Mann? Den nicht. Wartet mal, ich... Mann, was machst du da? Ja, hab ich. Hm. Interessant, sehr interessant. Danke für das, was du kennst. Okay, dann lass mich mal vorbei. Warum kann ich mit denen mit Fragezeichen nicht reden? Das ist irritierend, Leute. Das ist wirklich, wirklich irritierend. Ein Flugblatt, auf dem in der Schrift Etrus geschrieben steht. Die verdammten Erlöserin wird durch die Hand des Schatten versterben. Die wertvolle Informationen erhalten. Ja, aber das ist gut, ne? Ich weiß nicht, was ich jetzt über den Untertitel drüber bin. Das ist ein bisschen ungenstig. Aber ich weiß nicht, wer er wirklich ist. Ich weiß nicht, wer er wirklich ist. Ich weiß nicht, wer er wirklich ist. Oder was? Ich, äh... Ich probiere das in der nächsten Folge aus, mich höher zu setzen. So ein Nier-Automater hoch. Was ihr gar nicht wisst, weil Nier-Automater noch gar nicht bei mir läuft. Aber ja, da bin ich auch fleißig am Fortproduzieren. Ich weiß nicht, was der Fisch ist wichtig. Ich weiß nicht, wie es ein Wichtiges ist. Das war eine Wichtiges Belegung. Das war eine Wichtiges Belegung. Ich weiß nicht, wie es das ist. Aber das war nicht so schlecht. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht, dass er immer ganz schwer ist. Aber er nicht wirklich ist. Oh, ich weiß, wo Holmes ist. Dem bin ich begegnet. Ja, ja, nehme ich an. Sind das denn Seelen, die ich gerettet habe? Auf der Reise begegnet Lightning vielen Menschen in Not, die sie um Hilfe bitten. Die Aufgabe, die sie geben, sind die Nebensum dieser Geschichte. Selbstverständlich kannst du den Leuten ihren Bitten abschlagen, doch wenn du ihnen hilfst, kannst du ihre Seelen retten und gegebenenfalls dein Parameter steigern oder Glorien gewinnen, um der Welt mehr Zeit zu kaufen. Unter dem Namen von hilfsbedürftigen Menschen siehst du ein oder mehrere Sternsymbole eingeblendet. Die Anzahl der Sterne liefert einen Hinweis auf den Schwierigkeitsgrad der Nebemission. Versuch so viele Leute wie möglich zu retten. Schließe die Nebemission Home. Diesen muss vor 6 Uhr morgens abgeschlossen werden. Ja, das denke ich wird easy sein, weil... Oh, was steht da? Jo, bro. Oh, was steht da? Oh. Oh. Mhm. Ich habe wertvolle Informationen, aber wo? Aber Holmes ist... Ja, ja, das Holmes mit ist. Oh, nein, ist es Zeit für meine Veränderung schon? Ich habe komplett verloren. Ich kann es dir glauben? Ich habe es gesehen, wer hat es getan. Du kennst die Leute, die die Dummye aus der Klocktower? Ich bin Angst, also habe ich geblieben. Ich kann nicht nach der Station. Das ist wo sie mich suchen. Du warst da? Was hast du genau gesehen? Du musst mir erzählen. Ich muss nichts tun. Aber wenn du mich von diesen Leuten beschädigst und mich nach der Station, ich erzähle dir alles. Ah, okay. Dann komm mit. Komm, beweg dich! Alter! Ja, ich kann mich halt nicht schneller bewegen, weil Holmes hat Schiss. Holmes, du bist dumm. Du kostest mich Zeit. Manche Menschen zu retten ist ein bisschen anstrengend, wenn ich ehrlich bin. Aber sei es drum. Es ist die Stadt's Leben. Die Straßen zu dieser Station bringen Menschen und bringen Geld von Usenot. Es wäre wert, zu schauen, ob diese Bereich. Hast du irgendwelche Anwälte oder Anwälte gesehen? Holmes, du bist sicher. Ich bin so Angst, dass ich nicht auf meine Arten konzentrieren kann. Entschuldigung, Boss. Ich habe gesehen, was passiert, wo sie die Frau gefunden haben. Ich glaube, dass ich einfach panisch war. Ich weiß nicht, warum ich so Angst bin. Ich bin sorry, dass ich dich verletzt. Es wird wieder passieren. Nichts, ich bin einfach glücklich, dass du dich sicher bist. Ich glaube, dass ich dir nicht gesagt habe. Na gut, ein von meinen Kollegen wurde von einem Monster getötet. Ich war... Ich bin Angst, dass das gleiche, was mit dir passiert ist. Ich panisch war und fragte diese Frau Hilfe. Ich kann nicht glauben, dass niemand mir das gesagt hat, wenn ich diesen Job habe. Aber in Ordnung, ich bin sorry für die Probleme, Boss. Von jetzt an, ich versuche zu dir, ich werde nie zu lange sein. Ich meine, was, wenn dein Herz ausgabe oder etwas mit Wörter? Ich kann das nicht auf meinem Bewusstsein haben. Ein wahrer Freund, der interessiert. Vielleicht ist das genug, um uns alle zu retten. Okay. Hab ich gerettet? Cool. Well, a deal's a deal. You got me here safe and sound. And so I'm going to tell you exactly what I saw. It was the children of Atro. They tossed the dummy off the tower. I really wanted to tell the Inquisitors what I saw. Honestly, I did. But I was afraid those heretics might find out and make me their next victim. Okay. So long. I don't have to wait for them. I haven't yet. So long. I don't have to wait for them. dass die Menschen hinter den Körnungen die Hörer sind die Hörer. Die Ordnung ist durch ihre Inquisitionen, aufgrund der Art von dieser Begriff. Die Etro-Fanatik, die die Gottes der Todesmögen sind, sind überall auf dem Ort. Nur schauen die Sinister-Gruppen, die zusammengezogenen, in der Hörer. Es kann nichts bedeuten, aber einige Leute haben die Hörer-Hörer mit dem Publikum an der Grave. Die Gespräche in den Straßen, die Stadt in der Nacht... Das war wichtig, das war wichtig. Der Shadowhunter? Von Cassandra Klärde? Chase, bist du's? Wow, was macht die davon? Aber ich hab noch nicht alle Hinweise, oder? Laut Buch hab ich noch nicht alle Hinweise. Und zwar fehlt mir noch einer da oben. Lass mich mal beobachten. Alter, was willst du von mir, du Kind? Geh! Oh, da ist er wieder. Geh! Jetzt ist er gefallen. Okay. Jetzt machen wir noch was. Ja! Hob, du bist ein bisschen nervig. Oh, Inquisitor. Geht, der Faktor ist, oder? Der Faktor ist, oder? Das ist Petro, richtig? Ah, du hast deine eigenen Szenen, ich sehe. In recenten Wochen, die Heretik haben sich mehr auf der Straße in unserer Heiligen Stadt gegründet. Die poor, benötigen Böden glauben nicht in Gottes Heilung. Obviamente, ihre Angst hat ihnen leden sie zu schützen. Wenn sie nur ihre Augen öffnen, erhebenen Gott, dann können sie in der purem Licht seiner Heilung. Kann sie nicht sehen, dass ihre Säulen in der neuen Welt liberiert werden? Die Ironie ist, dass ihre fanatische Rejection des Heiligen hat nur meine eigene Faith so viel stärker gemacht. Obwohl, vielleicht ist das das Werk des Heiligen selbst. Wenn du denkst, dass deine Faith dich schützen wird, dann gehst du, glaubst du alles, was du willst. Okay. Ich hab also bis ungefähr 0 Uhr jetzt noch Zeit, bevor es richtig abgeht. Die Straßensperre wurde aufgehoben und die Läden um den Nordauernhof haben wieder geöffnet. Du kannst Heilgegenstände von Krämern und Kleidung und Dekor und Ausstattung kaufen. Beprüfe den wahren Sch... Harte ich vor. Chocomolina! Die EP-Fertigkeit Chronostasis ist eine besondere Fähigkeit, die der Erlöserin vollbehalten ist und die es ihr ermöglicht, kurzzeitig die Zeit zu kontrollieren. Öffne mit das Menü und wähle aus den EP-Fertigkeiten Chronostasis aus. Chronostasis friert die Zeit ein, obgleich sie Menschen auch in diesem Zustand normal bewegen können. Solange die Uhr rechts oben im Bildschirm blinkt, ist der Zustand der Chronostasis aktiv. Hilfreich ist diese Fertigkeit beispielsweise bei Missionen, denen eine Zeitbeschränkung auferlegt ist. Beachtet, dass die Übernachtung und Herbergen oder die Benutzung der Schirmen den Zustand der Chronosphäre aufhebt. Warte mal, soll das heißen, wenn ich jetzt sage, Yay, hält vorübergehend die Zeit der Welt an? War gut, aber noch brauche ich das glaube ich nicht, oder? Bei Ausstattung kannst du pleitabla bla bla. Insgesamt mehr als 80 Unterschied. Ach du Scheiße. Und Nocturne! Ach du Scheiße, ist das hässlich. Die Geschäftsbrille. Der Belzebubohren. Einheitsanhänger. Hm. Sollte ich mir überholen. Und ich sollte noch irgendwas machen. Warte mal, ich geh mal erst... Hey, Chocopokalina. Hi, Chocopokalina. Hi, I sense you want to talk about something. Ask away. Is it about this message board or something more important? Like my beauty regimen? I want to talk to you. I think that you have it backwards. Oh, don't be such a silly Sahagen. Everyone wants to talk to me, especially since I've been put in charge of this. The message board? It's not just an ordinary message board. It's called the canvas of prayers, and it's magical. An ancient spell has been cast on it, and now it can show people's hopes and dreams. For example, you know how people wish on stars, or by throwing coins into a fountain? I know you've done it too, even though you'd never admit it. This board collects prayers from all over the world, from all sorts of people, and makes them appear as words. You mean, anyone can come here and read them? Just you. It's written in a mythical language. To anyone other than yourself, it looks like a jumble of nonsense. Okay. On every continent there is a magical roundtable. There you find offers and services from people who seek salvation. New offers. After you completed a offer, speak with Chocopokalina. Sie verwahrt die Belohnungen, die ihr die Auftraggeber anvertraut haben. Die erhaltenen Aufträge unterscheiden sich. Je nach Content müssen in der Regel dort abgeschlossen werden, obwohl sie angenommen wurden. Aufträge, die mit dem Hinweis weltweit gekennzeichnet, können überall angenommen werden. Now don't just take my word for it. Why don't you take a look? See if you can't read everyone's humble little wishes. Schrei nach Rache. Okay. Wenn ich es richtig verstanden habe, könnte ich die eh alle annehmen. Warum nicht? Ich meine, bin ich eh schlauer, wenn ich die alle einfach annehme und gut ist. Meine Lieben, ich mache dann hier einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Krämer. Und wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Und dann geht's vor uns. Ja vielleicht, ich bin einfach THANKFUL.